herzlich willkommen montagabend es ist pirates kopfzeit ja ihr lieben und es ist viel passiert und nehmen wir jetzt nicht schon sondern heute ist special guest ohne ankündigung und die die einschalten haben das glück unseren neuen defensive end niklas gustav kennenzulernen ich hoffe ihr hört uns gut ihr seht uns gut wenn irgendwas ist einfach in chat schreiben und wie gehabt wenn ihr fragen habt irgendwas immer einen chat und wir werden versuchen alles zu beantworten der liebe sean wird hoffentlich später noch dazu stoßen wieder wir online der ist gerade noch in einem ganz wichtigen online meeting und kommt hoffentlich noch dazu und wenn nicht dann werden wir zwei eine schöne stunde mit euch füllen und über die elf und über alles reden was passiert ist bis jetzt und ja jetzt schon mal schöne grüße und vielen dank für die die eingeschaltet haben don endersen mal wieder du bist immer dabei sehr cool das ist ein sehr sehr treuer fan der liebe endersen lieber niklas meine erste frage immer am anfang wie war dein tag wie geht es dir mir geht super ja ein guter tag gehabt da war hier ein bisschen mit den anderen teammates ein bisschen lippen nach dem langen camp wochenende ein bisschen regeneration und haben uns dann auch schon ein bisschen einen film angeguckt uns einzustimmen gegen die vikings und ja war gerade bei einem von unseren großartigen partnern in der sauna und jetzt da freue ich mich hier zu sein und hoffentlich eine gute stunde mit dir ja cool du warst in der sauna das ist natürlich ein großer teil oder regeneration ist ein großer teil wir werden darüber reden warum regeneration weil letztes wochenende also gestern und vorgestern trainingscamp drittes trainingscamp und wir sind in der game week der titel ton leicht verzerrt das ist aber komisch vielleicht liegt es nur wenn das bei mehreren ist dann schreibt es mal rein bitte vielleicht liegt aber auch in deinem computer eigentlich sollte alles so laufen setup ist eigentlich selbe wie die letzten mal aber wenn was ist bitte schreibt es rein noch mal wenn es bei mehreren so sein sollte ja letztes trainingscamp wir sind game week der titel der show sagt es das game week ganz besonders aber wir schließen jetzt mal das kapitel vorbereitung gleich ab aber am anfang bevor wir über die elf reden bevor wir mit dir über deine karriere reden reden wir mal bisschen über das afl team was am samstag gespielt hat du warst und point okay gut du warst am samstag auch im stadion ja gegen die black panthers ja was für das spiel du warst auch schon die spiele davor das heimspiel gegen die dragon warst du auch schon da auf jeden fall hat man im progress gesehen leider auf jeden fall ja vielleicht war echt ein großer schritt nach vorne glaube ich vom team auf beiden seiten gerade von der defense die haben sich die black natürlich über sehr lange strecken gut in schach gehalten und ja am ende natürlich heartbreaking ist noch mal so knapp weg zu weg zu gehen aber es war trotzdem echt ein super spiel zum anschauen der zuschauer sehr sehr entertaining für die leute die es nicht gesehen haben ihr müsst unbedingt auf youtube gehen ja da youtube zwar korea das tirol ich schere den link mit euch lasst ein follow da zieht euch die 20 minuten highlights rein heute frisch hochgeladen und ja unser junges team wir gehen auch gleich mal ein bisschen rein in die stats auf die gewohnte seite game day.football.at am ende hat es nicht für den sieg gereicht weil eben auch fünf turnovers dabei waren und mit fünf turnovers ein spiel zu haben zu gewinnen ist schwer also es gibt ja so diese goldene regel wer mehr turnovers macht verliert das spiel sagt man ja auf jeden fall auf der fall ja und es gibt eben statistiken die das auch ganz gut belegen ja 21 28 am ende ausgegangen war ein tolles spiel guter progress von meiner seite hervorzuheben was mir wirklich gut gefallen hat an dem wochenende war unser running back der der alexander gays der hat eigentlich ganz gute akzente setzen können aber du sagst es und klar als defense spieler die defense war ganz anders in form als die male davor auf jeden fall ich meine die defense allein alle alle jungs da haben glaube ich richtig gas gegeben waren echt ich glaube also mindestens drei oder vier sacks und mindestens wahrscheinlich mehr und das gegen tschechische online man die alle riesig und schwer sind genau das war es schon das war schon sehr beeindruckend zu sehen und auch gerade weil das so viele junge spieler auch noch dabei sind im hfl team vielleicht ist es echt super zu sehen die zukunft ist auf jeden fall vielversprechend bei den radios hier absolut also auch wirklich du sagst es junge leute ne armin husarewitsch 18 jahre alt aus der u18 hochgekommen da als als defensive end 2 6 gemacht matthias mitterer glaube ich 2 6 gemacht mark palmer muss man sich mal vorstellen der junge hat dieses jahr angefangen football spielen kommt vom skifahren aus südtirol spielt jetzt bei uns in der afl auf höchsten liga und hat auch paar tackles gehabt also auch wenn das ergebnis am ende nicht stimmt die progression ist da und jetzt gleich am kommenden samstag die nächste chance für unsere jungs gegen die salzbruck dachs und da gehen wir auch mal in die standings rein leider nach wie vor unser team ohne ein erfolg aber hoffentlich jetzt gegen die dachs jetzt muss es kommen der wind steht richtig der wind steht richtig sagt man das im morgen so oder glaube ich so gehst du dir das spiel anschauen ja auf jeden fall ich werde auf jeden fall am samstag nochmal da sein ist ja eigentlich die perfekte pregame situation und dann bevor es für uns losgeht nochmal sich einstimmen und damit davor cool also ihr auch da draußen kommt am samstag um 18 uhr ist footballzentrum feuer unsere afl-mannschaft an wenn sie gegen die salzbruck dachs spielen und hoffentlich unseren ersten sieg einfahren ja wie waren die anderen ergebnisse die afl ist ja so spannend oder so unvorhersehbar wie noch nie der afl wurde ja immer angekreidet dass sie langweilig sei und am ende sowieso die raiders oder vikings gewinnen das könnte dies ja mal ganz anders ausgehen und wir haben spannende ergebnisse gehabt auch tels knapp nur verloren gegen die dragons die noch ungeschlagen sind die giants die er auch einen holprigen start in die saison hatten schlagen jetzt die vikings die der woche davor die panthers zu null geschlagen haben und die dachs holen ihren zweiten sieg gegen die steel sharks also es geht hin und her und jetzt dann in der nächsten game wie geben wir gegen die salzburg dachs und da müsst ihr alle ins stadion kommen wo kriegt ihr tickets her auch ganz einfach tickets.raders.at da sind die zwei spiele tickets kaufen einfach drauf gehen platz aussuchen am besten natürlich im mittelblock da genau auf der 50 zack 8 euro und schon seit ihrem stadion also einfacher geht es wirklich nicht um gut und voll zu sehen super simpel super simpel und du hast es angedeutet game week vorbereitung pregame weil ein tag später sind wir dran sind sind die elf boys dran und da zeigen wir auch ganz schnell mal weil das ist für die die es noch nicht wissen alles liegen gesteuert diesmal und da gibt es eine andere ticket seite und zwar ticketmaster.at und auch da findet ihr uns hier unter beliebt natürlich sonntag 5 juni 15 uhr gegen die vienna vikings kommen wir später noch im detail dazu und da ist an der 50 auch nicht mehr viel platz also seid schnell die blöcke in der mitte sind schon fast voll da auch ganz einfach platz auswählen und ich finde auch super fairer preis mit 18 euro auf der 50 jahr einsetzen und beste europäische football sehen also besser geht es nicht gut aber bevor wir dazu kommen noch weiter mit news around the club es war noch unsere basketballmannschaften nachwuchsmannschaften hatten ihren final day wir haben ja eine basketballsektion du hast auch schon mal basketball spielt oder nee ich war leider genau nach dem letzten spiel bin ich da dann wieder aufgekommen also die erwachsenen sind ja schon fertig und die landesliga mannschaften die nachwuchsmannschaften hatten ihren final day gestern und da ist unsere u14 u16 und u19 landesligameister geworden also beste mannschaft in tirol auch top leistung und jetzt geht es in die wohlverdiente offseason und dann geht es im september mit basketball wieder los also da dann auch die chance wieder natürlich zu zuschauen jetzt erstmal pause für die leute gut das war eigentlich news around the club wir hatten noch nein wir hatten noch eine cheerleader-meisterschaft letzte woche wo unsere radar ads nach wien gefahren sind und sich glaube ich mit allen units die angetreten sind für die nationale meisterschaft denn qualifiziert haben und ja auch da herzlichen glückwunsch natürlich an unsere radar ads und wer die radar ads sehen will muss ins stadion kommen am sonntag oder am samstag sind immer radar ads dabei gut ja kommen wir bevor wir mit dir ein interview also bis zu deiner geschichte gehen niklas erzähl uns mal wie liefen die letzten drei wochen du bist seit anfang mai bist du hier in innsbruck hast du aufgeschlagen wie lief die vorbereitung ab für die leute da draußen die nicht wissen wie so ein football preseason abläuft wie war das bei uns ja richtig gut sehr intensiv muss man sagen also habe mich echt positiv überrascht wie professionell intensiv viel wie gearbeitet wird in der saisonvorbereitung ne war ich glaube wir hatten echt eine super saisonvorbereitung wir haben mehrmals unter der woche trainiert und dann gerade am wochenende wirklich den feinen schliff nochmal oben drauf gepackt mit zwei tour days meistens samstag und sonntag jeweils zweimal am tag training und da kriegt man halt echt wirklich viel viel qualitätszeit rein um die place richtig klar zu machen und auch um sich physisch noch mal ready zu machen für die saison also ja also die tour days ich bin ja auch ehemaliger spieler das ist schon knusprig auf jeden fall da fühlt man sich dann nach einem wochenende dann muss man in die sauna gehen am montag auf jeden fall also das macht auf jeden fall viel aus aber am ende des tages ist dann noch so dass dann meistens die game days halt dann konditionell und physisch halt auf jeden fall um einiges einfacher werden für den körper wenn man davor sagt dass diese situation gegangen ist du sagst es am samstag sogar sogenannte barcelona training kennst du den begriff ganz witzig in der nfl europe damals gab es ja die barcelona dragon gibt es die wieder und dadurch dass es in barcelona in spanien so heiß ist haben die oft in der früh zwei trainings gemacht das heißt sie haben ganz früh trainiert ganz kurze pause und sofort wieder trainiert damit weil einfach der tag dann so heiß war und es war irgendein trainer aus den usa der das damals erfunden hat und deswegen gibt es diesen begriff barcelona training und unsere jungs hatten eben am samstag auch barcelona training zweieinhalb stunden training halbe stunde pause und noch mal zwei stunden training und ja war schon dafür und darf im regen teilweise also zwar die jungs haben wirklich top also ich habe zugeschaut die haben echt ihr habt echt top gearbeitet und und jetzt jetzt kommt der feinschliff unter der woche und am sonntag ist dann gameday hat es ein combine practice gegeben nein wir hatten kein combine practice manche franchises haben ein combine practice gemacht wir haben ein raiders internes scrimmage gespielt gestern das hat verschiedenste gründe natürlich reiseentfernungen trainings kalender abstimmungen zwischen den einzelnen franchise manche haben es gemacht wir haben diese nicht gemacht weil ich mache mir nächstes jahr an combine practice aber heuer gab es keins aber das war jetzt auch nicht schlimm oder nein ich glaube das scrimmage war der perfekte abschluss also gerade noch mal wirklich noch ein bisschen kompeten hier zum ende ist zum ende des camps sozusagen ein bisschen kontakt reinbringen und jetzt voll volle fahrt voraus gegen die vikings sind nur noch darauf konzentrieren du sagst es du bist ja ein defensive spieler du spielst defensive line wie ist also für die leute da draußen die jetzt noch nicht so viel mitgekriegt haben was vielleicht auch in unserem roster passiert ist und ich merke dass das bild immer so ein bisschen zittert ich hoffe nicht dass hier irgendein kabel locker ist oder so ist es wäre natürlich schade ich kontrolliere das noch mal schnell hier also nicht wundern wir machen gleich weiter stecker sitzen fest die defensive line von uns sieht ja heuer wirklich ganz anders aus als noch das letzte jahr wir haben viele neu zugänge unter anderem du und wenig spieler oder bin ja wirklich weniger vom letzten jahr das ist eine juni die wir sehr verstärkt haben mit externen spielern wie würdest du jetzt nach drei vier wochen training den spirit dieser d-line beschreiben ja also neuen also eben aufgrund dieses neu alle kommen irgendwie neu zusammen ja auf jeden fall muss man sagen also könnte man sich jetzt auch nur drei wochen danach also wirklich gar nicht mehr denken dass wir vor drei wochen uns alle noch gar nicht wirklich gekannt haben also das ging so schnell dass wir uns auch mit den mit den drei vier neuen spielern integrieren konnten gerade weil die spieler die halt noch von den radios übrig geblieben sind wirklich so und so gut willkommen heißen haben also ich muss sagen es ist wirklich eine der der closesten units in denen ich jemals war und das ist einfach weil leute wie dennis putz und ja auch nicht das merkt mich einfach so willkommen sind einfach so ein auch so soziale soziale strähne haben also muss man sagen richtig glück gehabt ich glaube das ist sehr selten dass er sich unit so schnell zusammenfinden aber in diesem fall kurz richtig gut wurde es dir schon gesagt der spitzname unserer d-line wurde euch das schon habt ihr euch das schon drüber unterhalten ja die nordkette die nordkette also für alle die schon mal in insbruck waren und richtung norden schauen da gibt es eine massive bergwand mit vielen gipfeln und und schaut wirklich mächtig aus und unsere defensive line ist die nordkette und jetzt bist du ein teil dieser nordkette neben niklas bei der d-line auch die anderen neu zu gänge natürlich zu erwähnen also wir haben mit der kumpel einen us-amerikanischen defensive end der viel speed mitbringen finde ich nicht so weiß nicht er ist jetzt kein jj watt also hat jetzt keine drei meter breiten schultern aber er ist ein super edge washer oder und sehr athletisch sehr lange arme also die gute technik ja sehr gute technik bringt viel mit gerade in der liga wie hier wo auch gute quarterbacks und vier gute receiver sind wo viel gepasst wird ich glaube echt eine super mit einem langen arm an window zu machen und wird uns da helfen dann auf der anderen seite nikolas melcher letztes jahr schon im team gewesen angestammte raiders auch als defensive end du als defensive end und dann haben wir inside mit dennis butz der letztes jahr schon gespielt hat und jetzt auch ich hoffe ich sage den namen richtig larry rollo visius ich glaube das war richtig auch also ein lettischer berg muss man schon fast sagen ja perfekt edition für die nordkette der berg in sich selber auf jeden fall und der wird inside uns verstärken und wir haben noch das eine oder andere schmankerl und das lassen wir aber noch im ungewissen an der d line lasst euch überraschen am sonntag ins stadion kommt wenn ihr die komplette nordkette in action sehen wollt ihr bild flackert leider immer wieder ich weiß nicht was da los ist gibt es einen twitch master da draußen der mir sagen kann was das problem sein könnte ich kann hier mal ich hoffe ich muss den stream nicht aber eigentlich habe ich nichts umgestellt ich kann jetzt hier auch leider nichts mehr ändern naja das ist schade ich hoffe vielleicht geht es ja weg es tut mir leid wir werden es beim nächsten mal wieder besser machen ich empfehle euch mal die elf homepage und das update zu den rostern und spielern vielleicht zum parallel aufmachen ja klar können wir machen aber wir also wer auch auf unserer homepage könnt ihr auch auf unserer homepage findet ihr schon den kompletten roster mit bildern dazu also wer die gesichter braucht zu unseren neuen spielern geht da einfach auf die homepage und da sind sie alle die schönen raiders 2022 und ganz da unten da schaust du so böse nicht jetzt also absichtlich so geschaut nein ich glaube das haben mir schon viele leute haben gesagt wenn ich nicht so wenn ich emotionslos gucken das ist das mal also ich glaube ich nicht das ist ganz ein netter mensch ich weiß nicht wie du fútbol spielst also vielleicht bist du dann im game mode doch anders vielleicht bist du dann so wie du da wie du da dreistet das sind wir auf jeden fall aber da eben noch mal zu die line nicolas melcher eric brumfeld larry tinasche shavaguta vom letzten jahr natürlich noch dabei dennis butz putz und auch manuel jovic ja der fotograf hat vergessen schieß zu sagen sie sollten nicht lachen also man sieht ja alle versuchen so ein bisschen ernster zu schauen außer vielleicht der liebe manuel lotzing aber sonst dennis butz auch ganz böse hier ja aber da findet ihr alle gesichter alle namen alle positionen größe gewicht nationalität und auch unseren coaching staff da werden die fotos noch hinzugefügt in den nächsten tagen und video staff und alle medical also wer die radars auswendig lernen will kann das hier auf unserer seite machen www.radars.at gut aber kommen wir doch mal wieder zurück zu unseren unseren jungs und zum training wie würdest du jetzt was was ist die line spielen für dich also was wenn du so mit 23 wird dann beschreiben müsstest was macht einen guten deal einer aus und wo kommt die identität her ein guter die line ich glaube 33 werden wenn sie drei wörter fassen sollte sollten schnell sein sollten aggressiv sein und sie sollten smart sein glaube ich diese drei sachen zeichnen aus ja schlau ich glaube man muss das spiel recht gut verstehen und auch ein bisschen menschenkenntnis mitbringen weil am ende des tages oft gerade im pass rush ist ein d line ist gerade die fans event auch ein ein bisschen ein bisschen ein one-on-one battle gegen den offensive tackle und da muss man dann auch ein bisschen also hier ist mitbringen die die beeinflussen ich gebe dir den punkt dass defensive ends vielleicht smart sein müssen ich habe ja händler gespielt ja dann auch smart sein zähl damit also ich behaupte immer noch ob wenn sie bleiben sind die smarteren line aber ein defensive tackle vielleicht in einer base defense der ich habe sogar mal gespielt in unserer defense damals sehr lange her da wurde dem die tackle oder dem nose tackle noch auf dem hintern geklopft auf welche welche seite er gehen soll also das war entschuldigung idioten sicher aber die natürlich jeder football spieler muss auch hirn mitbringen aber die defensive line für mich war das immer wenn ich gespielt habe am schwersten so wie du sagst wenn die leute speed mitbringen athletik also wenn sie schnell aus ihrem getoff rauskommen stark sind aggressiv sind und die nötige härte mitbringen und dann noch so weit sind dass sie das spiel lesen können weil wenn du das ist ja immer das schwierige als blocker du weißt ja nicht was da hinten passiert der defense liner sieht das und dann musst du arbeiten und wenn er das lesen kann und sich entscheiden kann die technik mitbringt die dann ist es so wie du sagst glaube ich rundherum ein guter deal einer neue filter gibt mit denen man positionen in der liga suchen kann oder ist aber interessant das schauen wir uns das schauen wir uns dann sicherlich nochmal an oder schauen wir gleich an das wusste ich auch noch nicht kann man da alle teams dann gehen wir doch gleich da rein also european league of football also mal hier also was meinst du man muss dann auf alle akzeptieren gehen wir mal da bei uns rein ja alle teams und nach jahren sogar wo kann man das ahja da players aha oh cool das ist ein cooles neues addon für euch fans da draußen und auch für die spieler können sie sich suchen ah da sind sogar dann die spieler vom netzen weil der aaron ellis spielt ja mittlerweile in österreich in der arfe wollen wir da jetzt central conference raiders aha cool da kann man alle quarterbacks anschauen ánh das ist gut ist alt cool ist cool gemacht da ist natürlich auch unsere schwertenden irgendwo wo ist er�� wo ist er wo ist er wo ist er auch mit fotos schon hey also großes update auf derelf homepage geht rein schaut euch an schaut gut aus soll man auf dein profil gehen das können wir machen was da steht dann kommen wir später auch noch dazu Also müssen wir hier, können wir suchen sogar. Aber da wird jetzt kein Quarterback kommen. Genau, und da bist du schon. Ah, die Bio, da müssen wir noch was nachlesen. Das erzählen wir euch heute. Deswegen seid ihr heute hier, um die News rund um Niklas zu bekommen. Cool, super, sehr gut. Also, was ich auch gehört habe, es soll jetzt eine App geben für die E-Less. Habe ich auch gehört. Die soll die Woche noch rauskommen, vor dem ersten Wochenende. Also für euch Fans da draußen wird echt viel gemacht. Und die Liga geht, glaube ich, echt in die richtige Richtung. Ja, also die Line haben wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch ein bisschen über die komplette Defense reden. Mit Coach Kevin Heron und Jack Ball als Defensive Coordinator. Coach Heron war in der Vergangenheit Defensive Coordinator. Zwei Masterminds. Du bist schon durch viele Football-Jahre gegangen in deinem Leben. Schon viele Defensive Coaches kennengelernt. Wie würdest du die Raiders Defense beschreiben? Ja, ich glaube, das eine Wort war es wirklich gut. War es wirklich gut. Dazu passt es. Also ich glaube, die Vorbereitung, die ja Coach Heron und auch Coach Jack einfach dazu bringen, ist wirklich schon sehr speziell. Also habe ich noch nicht so oft mitbekommen, dass so detailliert vorbereitet wird, so viel Film geschaut wird und dann wirklich so ein guter Gameplan zusammengestellt wird, der auch wirklich realistisch ist, damit jeder Spieler in einer guten Position ist, Plays zu machen. Und das finde ich, ist wirklich nicht nur für europäische Standards, sondern auch wirklich im Vergleich zum College und anderen Sachen sehr beeindruckend, wie hier gearbeitet wird. Cool. Würdest du unsere Defense so als fancy bezeichnen? Ist es irgendwie viele verrückte Sachen? Oder ist es, es wird es ja jetzt ein bisschen zu negativ an, aber ist es eher klassisch, fundamental, Defense, wie würdest du es sagen? Ja, also ich glaube, ich glaube, dass es nicht fancy ist, aber in einem sehr guten Sinn. Ich glaube, manchmal im Football, gerade in der Defense, ist es fancy manchmal. Nicht cool. Nicht das Beste. Viele Leute probieren ja zu viel und dann verliert man sich in den Facetten. Nein, ich glaube, wir sind sehr simpel, sehr simpel, aber sehr effektiv. Und ich glaube, wir sind genau da gut, wo wir sein müssen, im Sinne von ein bisschen komplexer, wenn es sein muss. Aber ich glaube, dadurch, dass wir halt eine relativ klassische Struktur haben, können wir sehr schnell spielen, können, wie du meintest, das Spiel sehr gut lesen und sind da halt auch sehr frei und dadurch auch in der Lage, Plays zu machen, wenn es da drauf ankommt. Cool. Wir haben jetzt da gerade die Frage reingekriegt, wie sich die Defense denn vorbereitet, ohne wirklich einen Gamefilm von einem Gegner zu haben. In dem Fall jetzt die Vikings. Weil auch die Vikings haben sich natürlich sehr verändert, sind nicht mehr die Vikings vom letzten Jahr. Haben einen neuen Offensive Coordinator. Das heißt, es wird vielleicht das Playbook komplett anders sein als die Jahre zuvor. Genau. Wie bereitet man sich denn auf den Gegner vor, wenn man gar nichts weiß? Ja, das ist natürlich bei Week 1 immer so ein bisschen das Problem. Man kann natürlich die Spiele von den Jahren davor angucken und einfach gucken, was generell deren Identität ist als Team. Gerade jetzt mit dem neuen Offensive Coordinator weiß man natürlich nicht genau, ob das auch so eintreffen wird. Aber man kann sich auch das Personal angucken, wen sie als Spieler haben und was diese Spieler gut machen. Und daraus kann man oft relativ gut auch ableiten, in welche Richtung es gehen kann, welcher Spieler den Ball bekommen soll und wer so ein bisschen der Main, so die Hauptattraktion von der Offense wird. Und darauf kann man sich dann halt ein bisschen vorbereiten. Ja, ohne zu groß ins Detail zu gehen. Ich glaube, das sind so zwei Sachen. Alter, älterer Film und dann auch ein bisschen ins Personell gucken, die da wirklich helfen. Und es ist ja auch so eine Defense, genauso wie so eine Offense, da hat ja das Playbook, ist ja da. Und in dem Playbook gibt es Spielzüge oder Formationen oder Aufstellungen oder was weiß ich, Taktiken, die ja auf vieles anwendbar sind, wo halt jeder Spieler dann seine Aufgabe hat und dann darauf reagiert, was er sieht. Und das Coole im Football ist ja auch, die Coaches, die in der Box sitzen, sehen Sachen und meistens, ganz oft finde ich, sieht man, dass manche Football-Spiele erste zwei Halbzeiten komplett unterschiedlich, weil einfach dann die Coaches analysieren. Und jetzt kommt der Sean ins Spiel. Sean is coming. So, jetzt müssen wir Headphones absetzen. Right. Es ist doch cool, dass der Sean da ist. Sean, can you hear us? Noch nicht. Aber er ist schon mal zu sehen. Can you hear us, Sean? Yes, he can hear us. But you guys can't hear him. Say something, Sean. Könnt ihr den Sean hören? So. Ja, der Ton ist jetzt gerade massiv lauter geworden. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir hier ein paar technische Sachen, das habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. So, jetzt müssen wir erst mal dich hier So geht das jetzt nicht. Jetzt ist der Ton wieder gut, ne? Also. Jetzt seht ihr den Sean schon mal. No, they can't hear you, Sean. They can't hear you, but they can see you. Say something. No, not working. Ha. Not good. Oder hört ihr den Sean? Sag mal was. Wenn ihr den Sean hört, schreibt mal eine 1 rein. Na. Ha. Sean, how can we solve that problem? The good old sound problem. 2, yeah. No Sean. No Sean. No Sean. I don't know. We tested everything. Yeah. Let me try to call you. Okay, Freunde. Wir müssen das jetzt in treten. Und jetzt ist er da, oder? Ja. Jetzt fehlt nur noch das Bild wieder. Sean. Picture. Camera. Lights. Camera. Action. Ah, die Techniker. Good. Where is your picture? Good. My picture? I can see me. I can see me. We can't see you. We can't see you. What? Oh, I can see you. Yeah, now you can't see me, because I turned on the other camera. But we can't see you, Sean. Okay. But that's completely your fault now. No, it's not. It is. How about now? No. I bought a webcam for this reason. I'll plug the webcam. I'll plug the webcam back in. So, maybe we start talking, and you try to solve that problem. But if you can hear me, that's at least the start. I guess that's better than seeing me. Yeah. So, we can go in the full chat mode, just with Niklas and myself, and people only hear you. That's fine. How about now? No. Oh, okay. Yeah. Hey, Sean, welcome to the show. Hey. Thanks, man. How was your day? It was good. It was good to be home. It was good to hang out at home and kind of recharge the batteries a little bit. Good. And how was the meeting you just had? Interessant. I'll tell you about it later. All righty. Let's do, let's try a last thing. You call us again, and then maybe the video is working. Okay. Ciao. Let's do this. Let's try it again, and then it's going to be live. There he is. How about the audio? Say something. I just did. Good. I just did it again. He is. Sean Sheldon in the chat. I am in the chat. Good. I am in the chat. So, you had a nice day. So, you had a nice day. We were talking, Sean, we were talking about defense. Defensive football preparing for the defensive side against the opponent you don't know. Maybe you can say how you prepare on the offense side against an opponent you don't know. Good question, actually. I think it's far easier for the offense than the defense because the offense is always, the defense is always reactive, let's say that. The offense can install their concepts and run their concepts against multiple fronts and multiple coverages and multiple looks and be kind of prepared. Hey, when we get this, we do this, when we get this. You know, I think that's harder for the defense. So, I think for the offense, you just install your base concepts, you install what you believe in and then adjust in-game. But defense always has more preparation. Being a defensive player and coach is far harder. But we analyzed it the right way because we said the same. I think the one thing that's consistent is that the in-game adjustments are probably the most and also, like, one of the most important in the first game because you see so much stuff you might not be 100% prepared for. Yeah, especially, I think their defense and our offense going into it know each other. Like, we know what Chris does and Chris knows what we do. Chris Kaleke, the head coach in D.C. I guess head coach and defensive coach, I guess, for the – I don't want to give him titles he doesn't have. But there's some familiarity there, right? But on our side, our defense and their offense might be less familiarity because of some new coaches. Yeah. So, let's continue with the opponent or the preview for the upcoming game. Sunday, 3 p.m. here at Tivoli Stadium. First home game for a lot of guys, for you also. We hope stadium's going to be packed. And, Sean, what can the fans expect from our offense on Sunday? Oh, I think much of the same that we've been doing for a long time. You know, times last year there was some uncharacteristic play. But it's going to be our typical surgical approach and just try to be really, really efficient and really, really disciplined and take exactly what is given to us. You know, we're an offense that kind of takes the easiest way. I think the defense can't defend everything. It's impossible. They can't defend the whole field. It's also impossible. And we're really diverse in what we can do. And now we have talent kind of everywhere. We could have games where we run the ball 25, 30, 35 times a game. Or we could have games where we throw the ball 50, 55 times. You know, I think whatever defense we're playing, wherever we feel like we have an advantage, we can take advantage of that. And so, but in terms of, like I said, overall style, it's methodical, strategic offense. And then take explosive plays when we can get them. Perfect. And I hope we can expect also a lot of touchdowns. I think so. I think if you take that approach and you take what the defense gives you, and as long as you're disciplined and can do it repetitively over and over and over again, eventually you run out of field and they call a touchdown. Awesome. And then you line up and do it again. Awesome. What can we expect from the defense? Yeah, I think we can expect, definitely, I think our goal is to play as a unit on all three levels. Backfield, linebacker, defensive line, obviously play well together. I think in the beginning of the season, that's, or overall, that's really the most important part. And then, I mean, we aim to play fast. We aim to play really physical. And then make plays when the opportunity presents itself and then be able to give the ball back to our offense so they can run their methodical scheme all the way down the field and hopefully score a lot of points. Awesome. I'm excited. And we just get asked how the ticket sales are going. They are going very good for the moment. Tyrolean fans are not typical, the ones who are buying their tickets a lot of days before the game happens. And I don't know a number how many tickets we sold already, but I know that it's more tickets been sold than in previous seasons before the first game. So the stadium, I hope, is going to be full. At least the site we are open. And, yeah, what our fans can expect from, let's say, the organizational part. It's going to be a great game day. We're going to have, we're going to have, how you say, a pre-game area, kind of, a little bit. We're going to try it. We're going to have a DJ, DJ, live DJ playing. We're going to have our cheerleaders. We're going to have our pirate ship. We're going to have cannons. It's going to be loud and it's going to be crazy. And after the game, we're going to have a party because Monday is a holiday. So there's the possibility to drink a beer. It's going to be in the TNT Sports Bar and you guys should join. Yes, Jim, 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 Jim Paul, yes, we have a pirate ship. We have, actually, we have a pirate ship, yeah. Yeah, I mean, it's a, yeah, it is a pirate ship. It's a pirate ship and it's really big and it's really cool. And you guys are going to see it on Sunday. If you can't make it to the stadium, watch the game live for all the people in Austria. Watch it on Pulse24 and on the ELF homepage. You can also watch it with the Game Pass and, yeah, we hope a lot of people are going to watch that game. I think it's the, it's probably the, no, you can't say that. All the games, I don't know how the other teams are. All the games should be, should be good too. And we will see. It's a new league. It's a new season. It's everything is new. I can't predict anything. Oh, no. You can't. No, I mean, I think it's really difficult. Even the teams from last year at the ELF, you know, I think with this league, at least in the foreseeable future, every team can change every single year based on the one-year contract structures. Yeah, the other games are also, yeah, we can tell, we can say them. It's the, the Istanbul Rams is playing Cologne. Leipzig is traveling to Rockland. And then you're right. It's already in the chat. Rheinfire against Galaxy, which is the old rivalry. I heard over 4,000 tickets are already sold in Frankfurt. So that game going to be huge. Then obviously our, the Austrian internal battle between us and the Vikings. The Barcelona Dragons are traveling to Stuttgart and Berlin is playing Hamburg at Hamburg. So, yeah, going to be exciting. And we will see who, who is, who are the first victorious franchises of week one. I hope we are one of them. And these two guys, these two guys are doing the best for it. So let's make a little cut. And now we talk about you, Niklas. All right. All righty. Sounds good. Niklas, 26 years old. Not quite yet. Two weeks. Three weeks. Three weeks. I'm not. I'm 20. Party of your birthday. That's right. You are a German-born Hamburg guy. 100%. 100% Hamburg. Born and raised in Germany, in Hamburg. My mom's actually from Austria, though. So why do you don't have an Austrian passport? I had an Austrian passport until I was 18, but I wanted to go to the U.S. and a bit easier with the German pass. Austrian army was calling my name, so it was hard to just keep the German citizenship. And then, yeah. It's interesting. There's also, there's another German player who's half Austrian. Oh, no. Yeah, Bombeck. Oh, yeah. Bombeck, yeah. Yeah, so, funny story. Also from Hamburg, right? Bombeck, and we always played each other a ton in under-19 football, and we played in Jugendblender-Turnier together for Hamburg All-Star Team, so to say. And then, when it came time for national team, I chose to play in Germany, and he actually chose to play for the Austrian team. National team. So, that was funny. All of a sudden, we played against each other again. But, yeah. Did you play in Tristan at the European Championship? I did, yeah. Yeah, we both did, so he played. He got the best of us there in the final, but, yeah, played against each other in the final in Dresden in 2015, yeah. So, a guy that I've played against and known for a long time. Really good football player. Sean, have you been in Hamburg outside the one time we were on the train station? No, I was about to say the one time we were on the train station. I've not ventured to North Germany much, just Berlin for a city trip. Gonna have to. Hamburg is, it's really beautiful. It's a well worth a little city trip, for sure. Okay. You know that I'm also half-North German. No way. Yeah, but my mother is coming from Rostock. Oh, okay. So, I'm on the East Coast. Yep. Baltic Sea. Baltic Sea. You're from the North Sea. Yeah, pretty much. Hamburg. Sean, how many football teams do you know from Hamburg? I feel like this is a strange question. One at the moment? No, there's a smaller GFL team, too, right? It's Hamburg. Sea Lions. Sea Lions. Come on. Come on. We skipped it. Niklas. Two big teams, right? Yeah. Two big teams besides, I mean, the Sea Lions obviously entered the scene again after, at the end of the NFL Europe here last year. Huskies. Huskies. Huskies, yes. This is not the team that I played for, so a big rival of where I played. And I played for the Hamburg Blue Devils. Used to be really one of the powerhouses in Europe in the late 90s, early 2000s. I think in Sean's defense, Hamburg football has declined massively after 2010, probably or 2012. And probably right when Sean hit the European scene, Hamburg was not as big of a factor anymore. But before that, Hamburg was one of the bigger ones in Europe. And the Blue Devils filled up the big stadium with over 20,000. Yeah. Ah, I know the Blue Devils. I've heard a story about them. And the GML. And I played them too. I played for Dresden. When you played in Dresden, right? I played for Dresden. I played with guys who played for Hamburg in their big times. Yeah. US safety, Jared Dunn. Oh, yeah. He's kind of a legend. He's a legend at the Blue Devils. Yeah. And also Daniel Kyle. He was a defensive lineman who played for the Blue Devils. So, yeah. You started. How old have you been when you started playing football? 16 years old. So, fairly late. Yeah. I was always kind of bouncing around sports. I actually was mostly doing like so-called like action sports before that or whatever. I was big into snowboarding. Spent a couple circuits doing like the whole snowboarding contest thing and stuff. And then a friend of mine started playing football. And I came with him at 16 years old and just fell in love at first sight pretty much. Started playing as a cornerback. For a whole year I played cornerback and I played safety for a year after that. But I was a hell of a lot smaller than I am now. Really? Yeah. You gained it. Yeah. Probably, I don't know, 75 kilograms or something like that. So, skinny and fast. Yeah. Well, not fast. That's why I had to change positions. But, yeah. But now fast enough to be an explosive defensive lineman. Here we go. And then you said, okay, football is my thing. I want to continue and I want to try it to play on the highest level. So, you went to the US. Yeah. So, I was lucky enough that I was able to play middle linebacker for the German national team in 14 and 15. So, I went to the World Cup and then went to the European Championship. And through that I kind of maybe realized that I could possibly go to the US and hopefully be able to play in high school. And then ultimately my dream was to obviously play in college and be part of that whole experience. And, yeah. So, my brother, both my brother and I went on in 2015 to Southern California to go to high school. I was there for my senior year and then my brother was there for a sophomore year. So, he played three years and I played one year of high school football in Southern California for Aquinas High School in San Bernardino, San Bernardino, California. So, just a little east of LA. Nice place, huh? It's a little beach. No, no. East of LA, Paul. East of LA. Into the inland. Into the inland. Right at the bottom of the high desert. Not the nicest place in the world, city-wise. Fairly crime, old-filled city. But really, really awesome school. They, yeah, I can't thank them enough for taking us in and really enabled us to kind of get a foot in the door in the US. And, yeah, from there, I was kind of presenting with the decision if I wanted to go to junior college and try to go to bigger, like a big, big-time college or move on and go to a smaller school. And I ultimately decided to go to Morningside, then college. Now it's Morningside University, which is an NAI school at that time, probably the third best NAI school in the nation. Yeah. And didn't regret a thing. Wait a second. Sean, why are you smiling? Because I have a feeling I know what game we're going to play soon. Which game? You mean the Google Maps game? Google Maps game. This is going to be a good one. This might be a challenge for this game. Yeah, yeah. I'm not sure Google Maps knows where Morningside University is. Is it that small? It is about 1,250 undergraduate students, so pretty small. There's high schools in California and Texas that are double the size, so. How big is the town? What's the name of the town? Sioux City, Iowa. So the town is fairly big. It's like 100,000. Oh, okay. Yeah. Okay, so that's not as exciting. So we did it the last time, Niklas, for you. Explanation, always when we have players here or guests here who played in the U.S., almost everybody, right, was living in a small town and played in a small town. Yeah, you live in like a thriving metropolis compared to Isaiah and Logan. Yeah. Yeah, that's a little different. Did you guys play with Nik, too? Yeah, we did. That's what I mean. Oh, yeah. Nik equals Maribel. Maribel, Missouri, not a huge town here, right? So let's check it out. But where is it? What is the name of the town? Sioux City. So S-I-O-U-X. Oh, I'm not writing. Good point. And there's actually a, we'll see it here on Google Maps, actually a perfect opportunity, but it's kind of a funny situation in this city because it's actually located in three states. Oh, yeah. So here you can see it's located pretty much one third in Iowa, one third in Nebraska and one third in South Dakota. So probably all states that most people have never heard of. Oh, yeah. But yeah, this is the city. Morningside University is somewhere pretty much right there. Oh, there it is. Morningside University. Beautiful campus. University. Yeah. Here's our stadium over there. It's actually probably the biggest stadium in all of NAIA. It seats around 11,000 people. And were there some games? Two games. Two games. I think we had when we played our rival week one in the night game where we had around 10,000 to 12,000 people there. Money. I can probably say it because it's, we're here in Europe, nobody's going to listen, but that was right during the time when attendance was heavily restricted during COVID. And the official number was that there was around 4,000 people there, but both sides were full and there were people standing on the tracks. It was definitely much more. Paul, can you scroll out just a little bit for me? Let's see. Let's see. It's again funny. It's again a town, a typical U.S. town, right? Oh, yeah, of course. Square. But I want to see what they had around. Okay, they had a Dairy Queen. Oh, yeah. Dairy Queen right on campus. Subway. Oh, not so far, Paul. Not so far. I think he wants to see what we got around, but you already got the two things that we had around. What about, what did I just see? It's going a little bit. What's that on the left there? Bob Rose. Oh, Bob Rose. Actually, outstanding wings. Best wings in town. Domino. So, you got the usual suspects. Yeah. McDonald's right across the street. Well, can you scroll to your left a little bit? Follow Peter's Avenue, west. West. So, this one. Oh, there's Peter's Avenue. Yeah. So, down towards the street. That's the main metropolis. The main avenue. It's the Shamsi. It's the Shamsi Desai. There you go, pretty much. Fun fact. I think until 2013, this road was actually gravel. So, it was not paved. A little further for me, Paul. A little further for me, Paul. It looks like we have a shopping center here to the left. Yeah. Kind of. Yeah. But if you really want to go into the downtown. You can't really call it towns, more like villages. So, gambling is allowed there? Yes. So, actually, they used to have a riverboat on the river, because the river is actually right in between the states. And they had a riverboat with a casino on it. And then, after a while, since the riverboat became kind of unsafe, they made a deal that they are now allowed to do gambling right there at the Hard Rock. Interesting. Yeah. That's the little town of Sioux City, but I had a really, really awesome time there. When did you graduate? I graduated May of 2021, so pretty recently. Yeah, I had a great time. Did you, what was it, a bachelor? Yeah. In? Bachelor of Science, Business Management and Finance. So, basically, we were a finance. Yeah, I thought that was probably the thing that would transfer the best if I had to come back to Europe. And that was really good. Football-wise, I think, one of the better decisions I've made. We were able to win two national championships while I was there. Oh, good. And then lost in the semifinals the other two years that I actually played. And then, actually, I came back after, we'll get to that, after the CFL season coach a little bit and we won another. So, it was, it's been a really fortunate stretch at that school and taught me a ton about winning culture and how to prepare for football games to be successful. So, you went back as a GA? So, to say, yeah. So, I went back after I was done playing to do my off-season there because the facilities were right there. And then, also, I knew the coaching staff very, really well and helped out coaching and defense events through the playoffs, through the playoffs and then through all of the spring football that you always do in college. Nice, but between this time, your graduation and that, what you just said, you tried to play on the backstage. Yeah, I was lucky enough that I got drafted in, yeah, it was actually kind of a weird story because of COVID in 2021, we, our season kind of got split in half. So, we played our regular season in the fall during, like, the midst of COVID and then some other conferences in the NAI weren't able to do that because they were surrounded by bigger cities like Chicago or where there was stronger restrictions. So, they had to play in January and February to catch up. So, we played the regular season and we had a really short off-season and then we played the playoffs in April. So, I actually got drafted two days before our first playoff game. So, it was a really weird situation because I had to do the combine, like, the virtual combine for the CFL and all that while also preparing for the playoffs. And then, it was, like, mostly mentally pretty tough because I didn't want to, like, ever give our team, like, my teammates, like, the idea that I was, like, focusing on something else. So, yeah, that was kind of weird. But, yeah, I was lucky enough that I got drafted. And then, after I got done in college, I went over to Vancouver and was lucky enough to play most of the season or all of the season there with the BC Lions last year. Awesome. The CFL. Awesome. Ah, I missed to wear my BC Lions shirt. Oh, you got one. Yeah, I have a BC Lions shirt at home. Thank you for the follower, Daniel. So, CFL, how cool was it that your football career continued, that it wasn't over? Because for a lot of guys after college, football is over. Yeah. 99.5%. Yeah. Yeah, it's really wild. And, yeah, for me, I was fully prepared to be done, too, to be honest. Done? Or was there a plan to go back to Europe? No, there was no plan to go back to Europe. Because, really, my long-term plan was to become a college football coach. So, I had everything already lined up to become a graduate assistant after I was done graduating. I was supposed to graduate in December and then had a graduate assistant job lined up. But then, because of, like, the playoffs in the spring, I stayed another semester. And then, in January, the CFL called and was like, hey, would you be interested if we enter you into the draft? And I was like, I mean, if an opportunity like that comes back and I will not say no. And, luckily, I didn't say no. And it was a really awesome experience and a great opportunity that really also opened the door for me to be able to be here now and keep continuing to playing this awesome game. And then, the Raiders called. Yeah. And you were released by the Lions or how was it? You only had a one-year contract or how was it? I had a three-year contract there. And after this season, I was just kind of looking around, kind of re-evaluating how the last season went for me personally, how happy I was playing and also how much, like, football was fun for me during that time. And in the end, to be really honest, like, it was a really awesome opportunity and it was a really awesome experience. And I got to play probably more than most of the other Globals have last year and it was really awesome. But also, kind of the fun and the love for the game went a little bit because mostly, I think, because I went to a small school, a small college, and I think Sean can probably relate to that a little bit, that people in the U.S. play at small colleges because they love to play football. They all pay money. They all pay money to go. I paid money to go. Similar to Europe, right? Yes. That's why small college guys adapt so well. Yeah. And that was missing for me there. And I had such a good experience in college. It was a job, right? It was, you get there in the morning, you know your 10 guys that you hang out with. And we had a really, really awesome D-line group there. Great guys that I'm still friends with, talk to all the time. But it was different. It was like people were doing it for the money or for the opportunity to go back to the NFL. That was the other thing, too. For a lot of people, the BC Lions was not the final destination, right? It was a means to an end to go, a stepping stone to go to the NFL. And so it was, it kind of felt like junior college for professional football a little bit. So, I don't know. The environment, I thought, I knew that I wasn't going to be a guy that wants to do an eight, nine-year career out of playing special teams in the CFL. And I knew that I wanted to, if I'm going to keep playing for a little while, I wanted to enjoy it. And I love football and I love playing the game, but I also love playing with guys that enjoy it and that love the team aspect and that play because they love the game. And I think that's why I kind of decided to move back to Europe for a little bit and kind of see how much of an impact I can do here. And also just experience that kind of like, kind of football again. And I think that might also be because they grew up in European football where it was like such a thing that you know it playing. Everybody loves playing the game. Otherwise, you wouldn't do it here, right? There's not a ton of monetary compensation. So it's like, must be for yourself. Yeah, unless you're, I heard the term Tom Brady or Europe. I love making that joke because it's so untrue. No, but so that's why I kind of decided I wanted to come back here and just told these guys thanks for the opportunity, but I wanted to kind of pursue something else. And yeah, in the end, pretty much came down to if I was going to come here or go back home to Hamburg and decided to come here mostly because the great talks I would coach with coach Heron and kind of also with you and the straightforward and very professional manner this franchise presents themselves to me and also to the public overall. And yeah, I have not regretted it one bit so far. I definitely made the right decision. It's really an awesome team and really have to commend all the guys that are, that have been here for so long that have built this tradition for letting us new guys come in, especially during this year where there's so many of us new guys. I can't imagine that it's super easy because it's a super well-built team and you come in kind of being new. So, but so far I've been feeling really much at home and very much at home. And yeah, it's really nice to hear when you can already say that after three weeks and you, 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 I think with day one, you, I had the feeling that you are a nice guy and that you will fit into, into that culture because we, we talked about it a lot in the past, Sean, Raiders culture is special. And, and, and there was a coach saying, not everybody can be a Raider. The expectations from teammate to teammate are relatively high. So you don't come here just to be a Raider. You have to show it. And yeah, that's how it's got to be though. I think if you want to be a really successful team, the expectations have to be player to player and the standard has to be held up by the players, right? And that's how you become so successful over longterm. If the players keep passing it on to the next player. And once one guy retires, the next guy holds up the standard and yeah, keeps going. Well, I'll ask you things. Yeah, please. You, you, you were silent for a while. Now you can talk. Well, I'm not even on the screen, so I guess I can just. Ah, you're not on the screen. No, it's okay. It's okay. No, it's all right. Sean, that one. Sorry. So. Hello, everybody. Okay. No, two things. One thing. It's actually not hard to incorporate new people into the team if the new people are like-minded. And it's kind of like what Paul said. You know, it's if people get here and really care about integrating themselves in the team and adopting the culture that has been here or just immediately align with the hard work and the attention to detail that this team and the coaching staff demands. It's actually not hard because ultimately all we want to do is win. And so if we bring in good players and those good players are good teammates and those good teammates help us win football games, then it's not hard to. The thing is when somebody enters our web, if you will, and doesn't want to do those things, then issues arise, which hasn't really happened that much. Because ultimately, I think everybody's plan is to win a lot of football games. And we've kind of have a blueprint for that that's been handed down over the generations, like you said, Nick. So it's really not difficult to integrate people if people want to be integrated. And secondly, you know, you spoke about going back to Morningside, right? Did I say that right? Yeah, going back to Morningside and being a player and also volunteering a little bit, that it sounds like, on the coaching side, and you said you learned a lot about a winning culture and how that looks like. Are there similarities from what you've learned from Morningside over your four or five years there? And can you see certain similarities or differences with what you've seen already in three weeks? Yeah, actually, I think there's a lot of similarities. And I think when I was talking to Coach Heron, like during the pre-signing process, that was one of the things that made me decide to come here. I recognized the culture Coach was building and stuff as something that has proven to be successful at our college. And that's like why I was so attracted to it. And just like the credo of having hard work speak for itself and then also to have players demand hard work of each other. I think once the players demand a certain level of excellence from each other and hold each other accountable to that regard, so a coach doesn't have to always hold you accountable, that's where you get to a level of success that you can't get to otherwise. You can't coach them. Yeah, and that was one of the things that Coach was just like talking to me a bunch about. And as soon as I came here, I saw that people were coaching each other up. People were demanding if somebody was doing something wrong, other players stepped in and were demanding that you do it right. And not just yelling at them, but also letting other players know how to do it and giving them constructive criticism, so to say. And I think in the end, that whole construct really makes a successful team. Yeah, it's very similar in that regard. Interesting, okay. We have a couple of comments and questions in the chat. And there was one, I forgot, Balou. Yeah, Azumi played also for the Blue Devils. Yes, I think so. Back in the days he did. Cornerback, I think. So, Patrick Azumi, the commissioner of the European League of Football. Then we have a question from Gary. If the Raiders are doing an old men team, and yes, we are thinking about it. There might be a third men's team in the future for all the old boys and all the people who want to join. Just follow the Raiders. You will get the information. Then, I like that comment from Rubyist. After Niklas gets a sack, I would like the whole crowd to go good. Does it say sack on your chat? Because sack is blanked out, like it's a profanity on my chat. Because you probably have it in English, but it wouldn't make... But it's written in English. You see it in both languages. That's fine. That Twitch is saying, no, sack is a bad word. Yeah, sack is a sack in German. But that would be cool. It's like the balls. Yeah, exactly. But that would be cool if the stadium went goose. That would be awesome. Yeah, maybe we'll put it on there. We'll get some opportunity for that. Maybe we'll put it on the big screen, like a goose. You have to go in the camera as well. Yeah, it's funny because that was always kind of a nickname that was given to me in college. And actually without anybody, like without me saying anything, some people started saying that here already. Well, it was funny. I heard somebody like, yeah, goose did this. I was like, who the hell is goose? Yeah, I think in the US it was mostly because they had no idea how to really pronounce my name. Your family name? Yeah, like overall. Like first-time and family name. So they just found ways around it. But there's no good pronunciation. I mean, it's pretty straightforward. Yeah, it's not too difficult. They just have to think about it for a second. And then we have a comment from Gurke mit dem Gürkchen. I don't get it. Maybe I don't understand it right. When we were talking about this, the identity, he wrote it. As an example, Belicci played AFL in his first season with the Raiders. And that's despite him being Belicci. I don't understand that question. I don't know. It's not even a question. I don't, I'm not sure what point you're trying to make. Okay. We are coming langsam to an end. We are facing the end. Niklas, awesome that you've been here. We're going to have some last questions to know you a little bit better. You always have to pick one and with the order in German. Yeah. No between. And I start right away. Comedy or drama? Comedy. Dog or cat? Dogs, for sure. Chocolate or gummy bears? Gummy bears. Soccer or Formula One? Soccer. HSV or St. Pauli? St. Pauli all day. St. Pauli all day. Mercedes or BMW? Mercedes. Puzzle or watching TV? Probably be a cool thing to say puzzle, but probably TV if I'm honest. Why would that be a cool thing? That would not be a cool thing. Sean, did anybody ever say making a puzzle? I think one and I was shocked. I think it was Vincent, right? It could have been. Yeah, because he says he doesn't watch TV. So it's not that he liked doing puzzles. He's a smart guy. He's a doctor. He's a doctor. He's a smart guy. Okay, let's move on. Tea or coffee? Coffee probably now. McDonald's or Burger King? I don't really eat either. Probably Burger King. Car or bicycle? In Innsbruck, definitely bicycle. Short ways. Beer or wine? Beer. Party or chill? Probably chill nowadays. Black or white? Black. Summer or winter? Summer. Superman or Batman? Batman. Mountains or ocean? Mountains. Mountains. But you're a guy from the coast. Yeah, well, yeah, we used to spend a lot of time in Austria back in the day. Oh yeah, so you're a mountain kid. Vegetables or fruits? Vegetables. Chaotic or being organized? Probably chaotic. Traveling or staying at home? I wish I was traveling, but because, I mean, I travel for football a lot, but also because of football I haven't gotten to travel as much, so yeah, probably staying at home, really. Apartment or house? House. Preparing food for yourself or ordering food? Cooking myself. City or countryside? City. Big city kid, huh? Hamburg. Yeah. Spending most of my years now, though, in the country. But yeah, city, city for sure. Sweating or having cold? Sweating. Basketball or football? Football. Cheerleading or cheer dance? What would you say? I would say it's cheerleading, Derek. Around the game more. Yeah. Nice. Now we know you a little bit better, and we're going to face our... last part of the show, our Spotify playlist, where everybody, all our guests and Sean and myself are putting songs on. We're going to also share it then with you, with the chat. And Sean, as always, you have the first pick. I'm going to go with Fast Car by Tracy Chapman. Oh, great song. Great song. Thank you. Thank you. Fast Car to Classic. Well, it's really a good song, Sean. Wow. I think it's the best song you ever picked. I dropped nothing but phenomenal songs. No, no, don't say that. We can go through the songs. We maybe just do... In one year, we have so many songs that we just do a Pirate Scope about the songs. And then we talk about everything. I take from Bob Dylan. What's the name of the song? No, not Bob Dylan. Bob Marley. What I'm doing. I'm also tired, gentlemen. I'm tired. My head stops working. Three Little Birds from Bob Marley. Oh, that's a good song. You're in the same vein as I am. Yeah, you gave me the... Both are on my Valentina Go the Hell to Sleep playlist. Go the hell to sleep. And Niklas, you? You guys put some classic songs up here. I'm going to follow it up with something German, kind of related to back home. Tor zur Welt by Disaster. Tor zur Welt? Yeah. That's it for me. It's a little Hamburg-themed song. I hope that's okay, since we're... Of course. Not really playing in this year. Well, good song. It wouldn't matter either way. There's no rules to this playlist. I saw, yeah, I heard you had a Bayern Munich song in here once, so... Is it Bayern Munich? The... No, the Bayern song. Yeah, yeah. The Bayern... Das amame. Yeah. I bet some Tirolians for you had stuff to say about that. Here's the playlist. Well, then I put... And then I put Anton has Tirol too, so... And if I haven't, I should. There you go. Baloo, since you are such a long fan, you can pick a song. Rodeo song in the playlist, I will put it on. Thanks for the subscription from Chuck A. Man 04. Dankeschön. Und ja, genau. Wenn ihr mit eurem Prime-Abo abonnieren wollt, ist das ganz einfach. Ihr müsst einfach Twitch mit Prime verknüpfen. Und dann könnt ihr einmal im Monat ein kostenloses Abo dalassen. So, Baloo, jetzt musst du aber deinen Song reinschreiben, weil sonst ist Schluss. Mit lustig. Last words. Last words. Let's start. Sean, you wanna start with last words? Game week. Football. Go Raiders. It's time to follow up. And now we have the song from Baloo, from Bear Beat, Romeo and Julia. I don't know it. I don't know what song it is. Quer Beat, Romeo? I know Romeo and Julia. Is it just Romeo, Quer Beat, Baloo? Probably, huh? Probably there is no Romeo and Julia. So, the first fan song is on the playlist. Here we go. Niklas, your last words for tonight. I mean, thanks for having me, first and foremost. And, uh, just maybe a little word to the fans, uh, if you guys haven't bought a ticket yet, make sure to do so and, uh, be loud and proud for Raider Nation on Sunday, when we face the Vikings. I'm super excited. I've heard a lot about the atmosphere in Tivoli. I can't wait to, uh, feel it for myself and hopefully get a, get a big W against the Vikings week one. Yeah, nice. Thanks for having me. Raiders fans, you've heard it, you've heard it on Sunday, 15.00 in the Tivoli Stadium. Und wer nicht genug kriegen kann am Samstag, 18.00 in's Football Zentrum, wenn die AFL-Mannschaft gegen die Salzburg-Dachs spielt. It's gonna be an awesome Football Weekend for the Raiders. And on Monday, you can even support our youth teams in Vienna, because they play their qualification game for the fall season. And again, for everybody who wants to play football, old, young, big, small, tall, whatever, come to the Raiders. We have Rookie Mondays every Monday, where you get introduced into football. We have all the youth teams. We have flag football. We have cheerleading. We have basketball. Just become part of the Raiders. And I would also say thank you for tuning in tonight. It was a nice show. A little technical interruption in the middle, but we ended it quite well. Thanks, Niklas, for being here with us. And thanks, Sean. And dear fans, dear Raider Nation, good night. Bleibt gesund. Schöne Woche. Wir sehen uns am Wochenende im Raiders Stadion. Bis bald. Fiedereich. Ciao. Football. 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 Football.